Ingenix wurde 1979 von meinem Vater als Ingenieurbüro gegründet und wir haben uns seitdem zu einer weltweit agierenden Unternehmensberatung entwickelt. Zu 100 Prozent Inhaber geführt, 29 Partnerschaften, die wir aktiv treiben und über 10.000 erfolgreiche Projekte. Wir bieten Digital Solutions an und planen aber auch weiterhin noch Fabriken auf der grünen Wiese. Ingenix ist weltweit vertreten. Wir haben ganz viele Niederlassungen in Deutschland, aber wir sind natürlich auch international vertreten. Wir haben eigentlich überall da Niederlassungen, wo auch unsere Kunden sitzen, wie zum Beispiel, darf ich die sagen überhaupt? Ingenix steht nicht nur für die Entwicklung von strategischen Konzepten, sondern auch konkret für die erfolgreiche Umsetzung. Wir brennen für den Kundenerfolg. Die Leidenschaft und die Begeisterung für die Sache, für das Projekt noch schneller mit dem Kunden Erfolge erzielen zu können. Branchen, salopp gesagt, alles was fliegt und fährt, plus die produzierende Industrie drumherum. Aber uns ist es doch früh gelungen, auch andere wichtige Branchen zu erschließen. Ingenix bietet mir hier eine Familienkultur. Wir sind immer sozial, freundlich, aber auch klar in der Sache, für die wir jeden Tag einstehen. Das Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir mit Leidenschaft aktiv, partnerschaftlich kompetent und innovativ sind und es auch wirklich leben. Dass die richtigen Leute das Richtige tun, die richtigen Zeit und damit den Erfolg haben. Die Ingenix DNA, People Passion Performance, steht für unser Rückgrat, für unsere Kultur. Und zwar nicht die Kultur auf dem Papier, sondern die gelebte Kultur. Menschen, die eine Leidenschaft für haben, Leistungen zu erzeugen. Das ist für uns selber und auch für unsere Kunden erlebbar. Unseren Leistungsanspruch, unsere Verbindlichkeit, unsere Offenheit gegenüber Neuem, das macht uns einzigartig und besonders. Ingenix ist der mutige Kämpfer und Vorreiter unter den Consultern. Das Credo von der Ingenix ist höher, schneller, weiter. Da, wo wir sind, ist vorne. Wir wollen wachsen. Wir wollen dem Markt vorausgehen. Wir wollen Wertschöpfung für unsere Kunden. Alles Themen, die für uns wichtig und richtig sind. Ich würde sagen, das Ingenix Team zeichnet aus, dass wir alle sehr offene und herzliche Menschen sind. Der Teamgeist. Da können teilweise sogar Freundschaften entstehen. Auch ehemalige Kollegen von uns kommen gern zurück und sagen, ach, endlich mal wieder zu Haus. Ja, also ich habe es auch schon bei anderen Unternehmen erlebt, dass da diese Ellbogenkultur herrscht. Keine Ellbogen, sondern immer das Team im Vordergrund. Du und Ingenix schaffen einen Mehrwert für nachhaltige Unternehmen. Menschen, die Leidenschaft und Leistung lieben, sind bei Ingenix herzlich willkommen. Wer das Ziel hat, sich wirklich zu 100 Prozent einzubringen, aber auch 100 Prozent Anerkennung dafür zu bekommen, der sollte zu Ingenix kommen. Hoffnung, dass der Teil des Emokums integriert. Being. Untertitelung des ZDF, 2020